Gehst du mal weiter? Ja, wir gehen hier gerade die Kaskaden entlang. Es ist ein kleiner Wanderweg, oberhalb von Villa de Angostura, wo wir zu zweit bleiben. Und ja, schön ist hier. Oder? Ja. Wir haben jetzt gerade ungefähr drei Stunden Wanderung hinter uns. Und sind jetzt ja eigentlich am letzten Etappenziel hier, diese Wasserfälle. Oh Mann. Ich glaube nicht, dass die Kamera das zeigen kann, wie urwaldmäßig das hier alles ist. Ich meine, die Bäume, das ist hier einfach alles so, wie es wahrscheinlich vor sieben Millionen Jahren schon waren, als hier noch die mächtigen Dinosaurier durchgeschafft sind. Und Elfen. Ja. Und Elfen. Und Gnome nicht zu vergessen. Und Olle. Wer? Olle. 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 Ja. Na ja. Wollen wir mal weitergehen? Olle. 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 Olle.